Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Supercraft Brawl und zwar einmal mit dem Dekker LP, mit dem Stecknadel LP und ich bin tot und einmal mit dem Peter, ich weiß nicht, wie heißt du auf YouTube? Hallo, was? Was? Ich hab grad die Frage nicht verstanden Hi, auf YouTube Täter nö Du weißt auf YouTube Jürgen Möchtel Nein, 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 ich bin gleich tot Tötet mich noch mal drauf Döntel Jürgen Möchteler Ja, 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 ja Jürgen Möchtel Jürgen Möchtel Jürgen Möchtel umziehen genau wie ich bin mit dem Stecki und die anderen beiden Spielen zusammen L ich muss noch und Mord was machen wenn ich bin Leute und ich bin mit dem Jahr ihr müsst euch mehr erledigt mit dem Zombie ist gut in den Sonnen ein Bekaufsgottes Berge hat es ist richtig schlecht er hat es ist nicht Wackenskopf das richtig genial damit alles was immer bei den Besiegten von dem e eben mit dem gewinnsbruck ob sie wird okay also was nehmen wir das finden die nächste Woche Nico mal okay die Hoffnung bei mir was man sagt macht was schon mal was auch immer ein Schubladdienst an die Maschung haben aber nicht die so ja eben Wie gesagt, wir haben Team Runde, ne? Genau. Möge ihr das Beste Team, die wir nennen. Du bist mit mir. Ja genau, da ist schon einer. Los. Da schieße ich schon wieder mit meinem Feuer. Oh WTF? Los, hau ab, hau ab mit deinem. Eine scheiß Schaukel. So, einer ist schon raus. Oh, oh. Nein, nein. Doch, doch. ja man ja es ist so sehr schön ich bin mit der Klinik nun doch gleich weiter nein ich bin fast tot ich hab noch ein halbes Herz ah sehr gut machst du gut Peter nein Peter nicht Peter sehr gut ich wollte fast nicht fast abschießen so wird der springen nein ich hab ja sehr gut ich versuche hier noch ein Punkt um abzuschießen wir nehmen ich bin ich habe bei der Welt und da hinsichtlich der Mettbewerke da hat zwei Prozent Prozent was hat wohl nicht gut nein neunstern das schreibt Klick h der Ruhr und später hat sich die Töte und nur in der Besucher hat Nein! Ich schwöre gerade, dass dir jemand kein Nähmann ist! Jawohl! Okay, ich bin jetzt offiziell geheilt. So. Jawohl. Achso, Peter bringt mir Unglück. Ja, ich weiß. So, los! Wir verlieren Peters Schuld. Nein, nein! Doch! doch um etwas mehr werden auch mehr kaputt er hat müssen werden musste er immer wieder ich hab doch er ist mein Leben und wohl neuntert und er hat sich er versteckt sich das ist weiter bei zwei und bei mir an dieses ist es ist eine gute Textur solche Krims Sonderland ja genau erkennt Hannibal und schon geht und er war ja ich weiß ich mag das eigentlich auch nicht gerne ich weiß nicht ich habe momentan kein richtig gutes was und doch eins ich bin er die vor das ist geil er habe ich schon und damit er und umgekehrt ja es ist draußen ja jetzt nur Peter hat dann noch ein Leben warte Peter ging es auch nicht mehr ich glaube ich bin vier ich war eben er hat ein Leben also ich bin nachdem ein das Peter und auch für ihn da steht und er hat er hat nur eins aber von Jörg Peter und er hat das hast du in der Tat mit der Schrift zu erinnern in der Tat an Bauer an Pauline Peter Pan Peter Pan Peter Pan fliegt bei mir Ebenberg er hat 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 P. Ja, voilà! Geh, wannen! So, jetzt noch. Wir zwei gegeneinander. Ja, uuuuuh. Wo bist du? Du hast auch kein Leben mehr, ne? Doch, dann passt. Ja, du bist du musst... Wo bist du? Ah, da. Oh, das ist scheiß so. Jawohl, Tom, ich gebe ihn. Gib ihm, Tom, ich gebe ihn. Du bist du, Tom, ich gebe ihn. Das ist mein Gott. Ich hasse diese Spiele, ich hasse es nicht. Jaaaaah! Nein! Oh, Mann. Da, glaube ich, bin raus. Den Wangen... ... also scheiß. Ich habe gelesen. Ja, ich glaube schon. Hey, Applaus. E kole dropped. Ja, gut. Sehr gut. Ja, aber wir haben zusammengekommen. Okay, ich machte jetzt noch einen Ort. Das ist auch der Welt. Mach okay. Ey, mit Spanke. Okay, Leute, vielen Dank, euch, zu sehen. aber ich glaube wir hängen jetzt gleich noch mal eine Folge ran ja und tschüss so Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde wie heißt es nochmal? Supercraft Cross Brawl und alle sind schon weg, ich muss hinterher so, diesmal nehmen wir keine Tyrion Runde und ich nehme jetzt nicht den Blaze, ich nehme jetzt den Hey, ich wollte nicht den Blaze! Wer hat mich in den Blaze geschossen? Hey! Hey! Nein! Scheiße! Wem fällt? Weh 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 fällt? Okay, wir wollen wir haben einen Kopf Wer ist doch so, ich habe ihn gut zu sehen weil es sich scheiß, wie ein Fehler vor Ort verliert, das ist gut für uns ist das gut also das ist egal ich bin zu Hause, also ein Render, oder 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 ein Render. Jetzt ist doch ein Render Prozent so gespannt was wird es hey Peter du bist in mir oh nein geile ja ich will er hat das Grunde er ist halt um die Formen wer hat hier geile gesagt seit ich brauche es hat und ich brauche mir er hat er muss einmal sterben und kommen ab und anstellen dann ja er ist von einer abgabend nur ein paar das ist runtergefallen ja ich hab gar nicht getötet verdammt 9 9 posten geschehen und abgabend von mir gelegt und mit der aber er hat ihn nur so ich kann nicht nur vor Ort er soll ich noch was Gutes sagen heute machen Bescheid als Freitag er wird er direkt an alle anderen Scheiß Ferien Prozent Prozent das wird überflügt ich möchte es und verbraucht eine Kündigung ihr habt jetzt keine Chance sage ich euch also noch komplizierter schlussendlich ein Aarau und so weiter die Klinik wo ein bisschen wie auch bis richtig weit weggeflogen hat es geallt zu mir und wo er selber hatte alle gehen auf mich ließ so und schalte Prozent er eine Runde das Obdachspiel damit meisterlich nicht mehr eine Stimme was vom ich brauche Jo die Zaußmann Krieger war das Gold in dieser Place Scheiße nicht nächstes aber bist du ich bin schon wieder zurück ausgang das hat nach ein Jahr schweißen wollen in der Perlen bringen nicht so weit weg ich bin ich bin raus mehr die beiden Kopfen ein creeper kopf als nächstes nehme ich den creeper danach dürfen wir nicht Hunger Games spielen oder wenn die Gruppe sie dürfen die Beobachtung ich glaube es nicht aus und über die Beobachtung die glaube ich die Beobachtung ist erpricht die damit für ich will auch im Kopf geben wir da auch im Kopf der Wortmeldung bis dort nicht direkt vor allem alle bleiben aber wo bist du er hat sich in den letzten wir haben Koppel Prozent Prozent mit einem Koppel nahe ein das hat er da die Welt und sie nicht verschiebt wie viel Leben hat Peter noch er erlebt jetzt noch Römer Werbett bis 4 oder 2 ich bin vier dann hast du noch zwei Lärmungen ich bin ich bin sie zugegeben dass sie die Köpfe Mann die Nerven ja also Prozent er wird er für mich in die Schussbahn der Schuss an die Falle muss man muss mal F5 drücken oder wurden die die Ansicht an sie ist auch wieder die ganze Zeit das sieht so geil aus ich will was ist was noch besser aussieht die Achtmann eh ja das wird gewonnen das ist gut das ist gut ein Mann der Maschine wegen Musik von dir oft ja weil wir wollen alle uns in Verloten macht alle Maschine später in den Ort ich habe keine Kürmischung und um wenn ich nicht bei der Schaffung und ich sehe ich ja es ist eigentlich ich mache noch mal Katz und dann sehen wir es gleich wieder das was er hat mir wird bald und kraftlos diesen komischen als Kammer so hat er mir genau als Kammer der Peter er und Nico und natürlich mehr auf den Sticky er wird sagen das muss was er noch muss die alligen alle oder ja ich sage ja das war und Ego ein Stück also nicht die Leute jetzt habt ihr keine Chance denn ich nehme jetzt den von der Kack das kam auch erst zu spät ja erlaubt das nehme ich das nehme ich so zu sagen es ist ein Leben und Rennen so kann man machen was ich habe eiskalte Kaktus genommen eiskalte Kaktus haben jetzt noch damit gewinnst du ich habe mit dem Endeffekt und auch gewohnt St. Krupp Endung geht es um Rheinland hat gedrückt ich habe das Gebäude hat ich hätte heute was lebt so wird es dann kann man taktien auf die Orme schon wieder das ist ein speziellen Kopf wird das war ein lieber auf der man kann er die Köpfe gegen die Arbeiten nur ein paar Jahre in der Reisbücher und war okay weil sie die märz auch h und wir gehen einem Ausliegen so wie wir ab Es ist einfach 0 hoch 10 hier. Boah. Pfff! Das ist die noch gut in diesem Spiel, ne? Ja. Ich bin besser. Nein, 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 nein. Hat er nicht überlegt. Ich werde doch... Ich werde nicht telefonisch... Ah! Oh! Leid, ich hab runtergekillt. Bist du wieder oben? Wollte grad sagen. Hä? Ah, jetzt bin ich auch endlich mal wieder da. Wenn ich geflogen bin. Ja. Nein! Alter! Scheiß Geländschäpe. Nein, Peter, nein, nein, ich hab nur noch... Wieso bin ich... Ich hab das Gefühl, ich hab immer nur... Wenn ich kämpfe, hab ich immer nur so irgendwie... Ja! Wie viele leben. Das ist scheiße. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Es ist ein Affe! Ne, ich bin das Spiel, kein Affe! Mist! Der Telefon ist weg. Du Giraffe! Auch hier so. Auch hier so. Man kann alles mit Worten regeln. Ja. Sagen statt Schlagen. Nein! Du bist im Boden... Supershop mindver. Was? Ja, ich bin dort. Nein! Nein! Ey, wie war dich geflogen? Ja, ich hab... Nein! Oh, nein! Ein paar hat eiche Scheiße anderer. Mein Teiler hat eure eigenen Liefer verhindert. Nein, nein! Hat noch eine Perle gewonnenet. Mir hat das immer schon drvt. Vorbeigefallen. Hein. Ich hab' das auch nicht verlassen, du droht przypad. als erhalte die und der Führer die Allianz mit dem Hand er hat nicht liegen der 1 er hat 1 und 2 gerade alle haben noch eins aus dem Weg was soll er ich hoffe er 2 9 1 ich habe noch 2 die Klinik ja wohl doch unter er hat beide getötet gegenseitig sie macht sich wenn ich bin beim Ausbilder für die Basis nach Ort aber nicht der erste Miss ich bin auch gar nicht aus nicht das ist so dran jetzt will ich nicht mehr einmal gewinnt kommt das war und die ich bin von der scheiß Hexe getroffen ist total und wäre das Ziel ja logisch ja was geht bei der Witzschaden bis zu bist du ja Leute ich hab gewonnen loskomplexe auch ich habe mich gewonnen so ich würde sagen das war's wir können gleich noch fangen ja genau mach ich würde sagen auf jeden fall bedanke ich mich sehr fürs zu sehen guckt bei den anderen mit rein sag ich jetzt mal jetzt kann sich das lohnt sich ja also sag ich tschüss und bis zum nächsten mal so hallo und herzlich willkommen zurück gar nicht wir spielen jetzt wieder hier hier zu beitragen und wir sind wieder Teamrunden und zwar ich bin wieder mit dem Städte hier der nachher vorn er ist nicht nur ein präger ja ich hab ich lieber wir haben glück gehabt so ich bin so ich bin aber ich bin jetzt mal dafür wir nehmen wenn er auch so wollen wir hier wieder das entnehmen wir nehmen das Ende oder er hat auch ein Bild gelassen wird weil das ein paar Minuten er hat er hat er das er hat die Entscheidung nicht bei dir ist egal Peter Peter Peter, Peter. Peto. Nein, tschau. Peter, va-pa. Ja, ey, danke, danke, Peter! Geil, geil, das ist schön. So. Hast du's gut gemacht. Ja. So Peter. Reiß auf den Cheaper, ne? Machen wir. Oh, pschüi, du bist ja mein Team. Scheiße, pschüi, pschüi, pschüi. Du bist ja mein Team. Oh, pschiei. Jimon, pschu... Oh, pschiei. Du hast mich abgeschossen. Ich bin fast runter. Ah ja, du bist ja mit mir im Team, verdammt. Nein, aber du hast mich nicht getötet. Das ist so ein Creeper, das ist... Nein! So. So, hier kommt. Neu! Wer hat mich runtergeworfen? Oh, die ist so scheiße, ey. Ich bin schon mal geimpft, oder? Ich geh auf mir bestimmt nach, ne? Ey, die alter! Äh, die hat's geweckt. Nein, die hat's geweckt. Nein, die hat's nicht schon wieder schön. Gleich mal nicht leid. Nein, 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 nein. Oh. Diese scheiß Hexe, die töte jetzt die Hexe. Komm her, Hexe. Nein, die Hexe will jetzt nicht. Nein. Komm, Peter. Peter, Peter. Oh, ich bin lecht tot. Ich bin lecht tot. Es ist mein Peter im Ruhr. Es ist mein Peter. Nein! Wie habt ihr mich denn schon getötet? Und es ist ja Peter getötet. Hahaha. Du, sie, du, ich bin leid. Du, ich bin leid. Das ist, äh, das ist ein ... ... äh, ... äh, ... äh, ... die ganze Zeit spielen. Wer setzt diese ganzen Poke Balli die ganze Zeit? Ich nicht. Hey, scheiß da. Ja, ich bin leid. Ich bin leid. auch getötet wer von dir selbst und dann ich bin da draußen er hat ein so nicht für das freundlich naja eben hat er doch noch mal einnehmen scheiße ich bin ich jetzt wenn es nicht so war es in ein neues Land vor Ort der Hexe ich hasse die Hexe sind wer hat die Hälfte hatte wissen die Hälfte Kinder kommt von hinten und so ich zum Weg dieser reißen Deutsch heißt das ist ein bisschen schon wieder tot das gibt's doch nicht okay hat die Munde haben sie gewonnen hat so hat man die Kriper genommen und somit Wollt abgeschossen und auch aus es war schon einer 9 später noch da jungen in der wir haben noch zu aufleben dass er schläft So ich repariere jetzt gerade hier so ein bisschen die Map Okay So eigentlich kaputt also Doch ich hab eben ein bisschen was hier Ich hab eben bisher Die Löcher sind Ja ich weiß ich hab eh immer aber was kaputt gemacht So Scheiße kaputt lau Ja ja naja was ich bin dann auch aus ja in den Kinder aus dem Spiel bei den Branche diese Dokumenten ist so gut er in Waffen das Aachen 3 4 8 8 8 3 das Aachen 3 8 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 9 umher immer dies 8 3 ja das 5 als gewahrung sich so viele hexen besitzt die ganze die hexen ja es kann man aber ich glaube ich weiß Prozent 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 ich bin die Gäte seitdem der Gäte ich habe den Tod er hat ob Peter der Besucher verloren wird auch nicht alles wieder gewinnt wir können später okay ich mach mal wieder ein Cut und dann sehen wir Bis gleich wieder.